Hi, ich bin Fabian und herzlich willkommen zu Tag 2 auf Mallorca. Einen wunderschönen guten Morgen, wir besorgen gerade zusammen Brötchen. Heute ist einiges geplant, wir werden heute auf jeden Fall viel Alcudia erkunden. Gestern war auch noch einiges los, da werde ich auch vielleicht noch ein paar Bilder hier einblenden, wie wir eben durch die Nacht gelaufen sind. Und dann geht es jetzt los. Einfach immer in zehn Stück. Von hier. Von hier. Von hier. Die Gäste. Ja. Wie viele ist das? 10. Genau. 10. Nein. 5 und 5. 5 und 5. 5 und 5. 5 und 5. Also der Kaffee ist jetzt gemacht, aber ja, wir haben hier eigentlich auch sowas wie eine Kaffeemaschine für diese Aufsätze eben. Haben wir hier auch. Aber es ist nur Espresso und ich habe jetzt nicht so Bock auf Espresso. Wenn, dann müssten wir dann noch was besorgen. Aber mir reicht auch der Kaffee, den ich jetzt hier, das ist halt so ganz normaler Landeskaffee. Reicht mir auch zum Aufgießen einfach. Mache ich auch zu Hause immer wieder mal. Für uns heißt es jetzt gleich, erstmal in die Stadt zu gehen, Alcudia zu erkunden und dann eben weiter zu schauen. Das sind ja auf jeden Fall sehr interessante Klamotten. Das passt halt hierher, aber bestimmt nicht nach Deutschland. Einfach ein Tiger. Vom Gesamtclub sieht es gar nicht so schlecht aus, aber gleichzeitig auch wieder ein. Also ich würde das nicht unbedingt anziehen. Gegen Wassermelonen habe ich ja nichts. Wir sind aber ganz schön groß. Auch dafür. Dann haben wir hier noch was. Ich weiß nicht, was das sein soll. Also falls ihr wisst, was das sein soll. Also es sind vielleicht so Chili oder sowas getrunken im Chili. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir hier natürlich noch andere Melonen, die es so glaube ich auch nicht bei uns zu kaufen gibt. Oder wenn, dann weiß ich jetzt nichts davon. Schauen wir euch mal die Preise an. Ich meine 99 Cent für eine ist doch relativ gerechtfertigt. Und hier sogar noch billiger. 59 Cent. Also. Achso. Pro Kilo. Ja, pro Kilo. Aber trotzdem sehr billig dafür. Ich weiß jetzt nicht wie viel die wiegt oder so. Wahrscheinlich drei Kilo vielleicht. Aber trotzdem. Für den Preis. Also kann man nichts falsch machen. Wir sind hier also gerade auf dem Weg zum Porte de Alcudia und haben heute Nachmittag, höchstwahrscheinlich auch noch geplant, ein bisschen an den Strand zu gehen. Aber zuerst einmal schauen wir, dass wir jetzt wieder ankommen. Bisheriges Fazit. Alcudia ist relativ verwinkelt. Vor allem die Altstadt eben. Aber an sich hat es sehr schöne Gassen. Ist halt auch komplett anders als eben jetzt in Deutschland. Immer wieder. Kann man nur erwähnen. Es ist anders. Die Häuser sind halt auch irgendwie so ein bisschen, ja nicht so modern oder so ein bisschen älter heruntergekommen. Aber. Ja. Hier ist eine Baustelle. Sehr geil. Es macht einfach Spaß hier eben durch zu gehen. So schnell kann es gehen. Alcudia. Ja, wir sind angekommen. Am Porte Alcudia. Hier kann man einerseits mit der Fähre wahrscheinlich täglich nach Menorca fahren. Dann ist es außerdem mit dem ganz vielen Boden und auch hier wahrscheinlich geht er noch viel weiter. Der zweitgrößte Güterhafen der Insel. Ja, also irgendwo da hinten müsste der Sandstand dann anfangen. Ja, da gehen wir jetzt wahrscheinlich auch noch hin. Unser Ziel sind da hinten vielleicht auch diese Berge. Die sehen gar nicht so weit weg aus. Deswegen würde ich einfach jetzt mal weitergehen. Ach ja, wie habe ich das vermisst. Da ist er, der 50 Kilometer lange Sandstrand. Ich glaube, das ist so der krasseste Strand, den ich bisher überhaupt in meinem Leben gesehen habe. Vom Sand her ist es natürlich jetzt hier. Ja, der ist relativ nass. Aber wenn man ein bisschen weiter nach hinten geht, dann ist er nämlich auch feinsandig. Es ist einfach so geil. Ich freue mich auf jeden Fall dann heute Nachmittag hier noch ein bisschen baden zu gehen. Auch mit den Palmen. Palmen generell habe ich kaum bisher gesehen. Es ist einfach geil. Und ich fühle es. Hat einen richtig geilen Vibe. Frisch gepresste Orangensaft. Jetzt kurz am Strand gönnen. Gut für die Abwehrkräfte und gut bei so einer Hitze einfach. Schaut euch nochmal den Strand an. Und da, bei diesem Anblick, gönnen wir uns natürlich jetzt in der Woche. Hier haben wir noch im Hintergrund so eine Art Beobachtungsturm. Und wenn ihr hier oben ganz genau hinschaut, dann seht ihr da eben eine grüne Flagge. Und grüne Flagge bedeutet, schwimmen erlaubt. Dann orange bedeutet, dass eben der Bademeister, der halt alles beobachtet, der ist eben dann nicht anwesend. Und gelb bedeutet eben, dass ja so eine Gefahr besteht. Ich weiß jetzt nicht genau durch was. Vielleicht durch Unwetter oder so. Und rot bedeutet eben, dass man überhaupt nicht baden darf. Und dann gibt es eben auch noch die Flagge, wo so eine Qualle zu sehen ist. Da ist es eben logischerweise dann so, dass so gefährliche Quallen oder so die Feuerqualle wahrscheinlich oder so da rumschwimmen bleiben. Das ist soweit dazu. Ganz kurz erwähnenswert ist auch noch, dass eben von November bis April hier gar nicht dieser Betrieb stattfindet. Also es gibt dann keinen Bademeister oder so, der darauf aufpasst auf den Strand. Das heißt, man badet hier auf eigene Gefahr. Also wenn man hier Urlaub machen möchte, ist es jetzt nicht so schlau, hier baden zu gehen im Dezember oder so. Und da kommt er. Sie können jetzt Fotos machen. Ganz kurzer Realtalk. Also mit den Palmen. Da sieht es doch schon sehr stark wie in GTA aus. Oder auch mit den Bergen da hinten. Also schon krass, oder? Ziemlich schwarzer Humor. Ich kann mir noch nie so cool vor dem Strand. Ja, ich weiß jetzt, was meine neue Freizeitbeschäftigung ist. Ja, passt weiter. Ich drehe hier einfach ein bisschen. Ich bin ganz entspannt. Befreit, Kummer und Sorgen. Was mache ich hier? Reicht? Hinter mir ein Katamaran. Unten drunter extra viel Freiraum, damit eben möglichst wenig Treibstoff verbraucht wird. Und eben, dass das Boot auch ein Stück weit schneller fährt. Und nein, wir sind nicht in Amerika. Wir sind hier in Spanien. Und das, was wir hier gerade gesehen haben, war ein spanisches Polizeiauto. Wusste ich jetzt auch persönlich nicht, dass die andere Sirenen haben als in Deutschland oder so. Aber hat auch wieder ein Vibe. Wir fahren auch raus. Der große Einkauf ist geschafft. Wir gehen jetzt zurück zu unserer Wohnung, wo wir erstmal alles verstauen werden. Hier auch meine Tüte. Ja, alles für morgen und für heute Abend. Heute Abend gibt es dann... Ja, was gibt es heute Abend? Ja, Vorspeise sind die Nudeln von gestern. Die werden wir mit Olivenöl und Käse essen. Und als Hauptspeise gibt es dann Schweine-Nacken-Steaks. Mit der Beilage müssen wir noch gucken, ja. Okay. Also sehr lecker. Und morgen, wenn wir eben zum Capcommentor gehen, da wird es dann wahrscheinlich eher nur so ein Snack geben. Wir haben jetzt Baguettes eingekauft. Aber das werden wir morgen sehen. Jetzt gesetzt werden wir zurück zur Unterkunft und dann sehen wir weiter. Also wir gehen jetzt zum Playa del Cudia. Haben uns gut ernährt. Haben zumindest die Vorspeise schon gehabt. Später um 22 Uhr, was weiß ich. Dann gibt es noch die Nachspeise oder so. Hatte ich ja schon erwähnt. Aber ist jetzt auch unwichtig. Es ist auf jeden Fall so, dass wir da jetzt noch zwei Stunden so ein bisschen Zeit verbringen werden. Und natürlich gehen wir dann auch da baden. Logischerweise zwei Stunden circa. Die Handschuhe haben wir auch extra vermietet bekommen. Also ich denke mal, das Meer wird auch relativ warm sein. Vielleicht so 30 Grad, wenn es schon jetzt hat hier. Was weiß ich, wie viel Grad hat. Aber werden wir dann sehen. Vielleicht nehmen wir auch noch den ein oder anderen Drink. Der Matteskripp bringt dann auch noch so ein neues Musikalbum raus. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Ja, Feuer frei. Geil Mann. So lässt sich leben. Ah. Ja, was soll ich sagen. Es ist unglaublich geil. Geil Mann. Also ich sage mal so. Der Strand ist sehr besonders. Es ist so der krasseste Strand eben, den ich bisher erlebt habe. Ich meine, wir haben ja schon gehört. Es sind 40 Kilometer. Bis dahin zieht er sich ja irgendwie noch da hinten. Man kann halt auch übelst weit reinlaufen. Also bis zum Bojen. Kannst ja mal kurz hinfilmen. Ne. Genau. An sich habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Das Wasser ist jetzt nicht unbedingt. Es sind nicht 30 Grad, wie ich vielleicht schon mal behauptet habe. Aber es sind trotzdem 20 bis 25 Grad vielleicht so. An sich entspannen wir jetzt hier noch ein bisschen. Gehen dann eben zurück zur Ferienwohnung. Und dann gibt es dann eben noch meine Rückenstege oder was es ist. Und ciao. Jetzt sind wir noch zu Burger King gegangen. Weil wir einfach keine Beilage haben für dieses Steak, was wir uns da zu Hause machen wollen. Die zwei sind gerade drin. Und Pommes. Und dann wird das schon. Da haben wir nun also unser Steak. Und was haben wir auch hier noch? Tomatenketchup. Was gar nicht so einfach zu finden war. Denn es gab nur noch ein Tomatenketchup. Und das Ganze hat sogar 4 Euro gekostet. Bei Burger King gab es überhaupt keinen Tomatenketchup. Ich habe keine Ahnung warum. Egal. Wir lassen uns auf jeden Fall jetzt hier dieses Steak schmecken. Und damit beende ich diesen Blog. Morgen ist Cup 4 Mentor geplant. Da werden wir auch wieder sehr viele geile Shots bekommen. Weil es eben der nördlichste Punkt von Mallorca ist. Da ist es so eine Art Leuchtturm. Dafür sind wir ja hier. Dass wir ein bisschen was erkunden. Damit war es das für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao. 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 Du musst noch eine Abmoderation machen. Tschüss. Oh Gott. Du hast schon ein bisschen gekleckert. Ne. Das passt so. Bis zum Rand oder wie? Jetzt musst du den fließenden Übergang. Wir haben uns zwar nicht nah aneinander gestellt. Viel Spaß bis zum Rand. Wir müssen sofort dann trinken.